hallo liebe freunde und willkommen zu einer neuen folge von let's play sound muted ja wir gehen mit so ganz normal regnet schöner regen military dann hoffen wir mal wie finde mini 14 aber dann machen wir alles weg ich habe eine leicht zur nase hört man vielleicht auch alle passt schon wir spielen asia solo genau ich denke mir wir werden eh gleich alle rausgeschmissen los geht's so ah ne ich lass noch raus wird zu laut gut wieviel kommen dann 1 da hinten gehen welche waren es viele runter sah hier relativ leer aus sogar hinten fliegt irgendwie eh nach so ist ein leerer ah da 1 einer einer kommt mit mir runter ja ok 2 er versucht diesmal nicht hier oben zu landen sondern einfach nur hier so rum also Ah, okay. Ah, der Captured. Das war ein Vorteil, ich glaube ich bin nämlich schneller um als er. Puls geht auch schon wieder hoch. Ich muss jetzt rennen. Nein, ich bin nicht mehr. Oh, nimm die SKS. Wenn ich nämlich die 14 finde, hat er sich anscheinend beeilt. Nehmen wir einfach mal mit. Hier sind es nichts. Ich weiß nicht wie viele jetzt runtergekommen, das habe ich nie gesehen. Das Wohlen ist aber auch gut. Nein. Oh, hier weint er. Ich weiß nicht. Okay. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Das lässt sein können. Ich weiß nicht. Es ist nicht mehr wie einander, wenn ich ins Samstag in Schlage gehe. Der reichtigt sich. Ich weiß nicht. Du schaust das? Ich weiß nicht. Jetzt verpiss ich mich. Geht aber nicht hoch, naja. Nehmen wir den Dacia und fahren woanders hin. Mit so Whisky hier. Ja, dann haben wir eine SKS. Ich muss überlegen, ich fahr. Ja, ich fahr vielleicht runter, ich kann mal. Alter Vater ey. Regen. Nicht so leid zu steuern. Jetzt hab ich... Oh Gott, Alter. Ah, ist richtig gut. Ich dachte, die Hände erwarten. Ja. Ja, Person nehm ich nicht mehr mit. Ah, M16 war doch die mit den... Ne, halt. Dann fähle ich dem die mit. Ah, hat das bisschen Schaden gemacht. Aber noch nicht so schlimm. Ja, Ausrüstung. Naja. Sie sehen wie schön. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist hier seine Kiste. Da. Ah. Zu viel Stress. Mein Puls, also ich habe gerade einen gefühlten Puls von 100, nicht sogar noch höher. Ich habe gerade einen gefühlten Puls. Gut, das läuft doch gar nicht so schlecht. Hoffen wir mal, dass der ein bisschen mehr Loot hat. Ah, der hat auch nicht so einen Rotpunkt. Ah ja, so zeigt er, ok. Da bräuchte ein bisschen mehr davon, naja. Können die aber noch chillen. Chill mich aber auch erstmal hier hin. Kommt definitiv noch ein Auto. Problem wird nur sein, wenn von hinten jeder kommt. Also der hier vielleicht auch eine Brückenblockade machen will. Oh nein, aber jetzt nicht mehr. Ah, da hat er eine Mini 14. Ich hätte gerne ein besseres Visier. Na. Wie das da aussieht. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Schnell mal, Moped rum. Fünf Autos. Stehen da hinten, also fünf fahrtüchtige, automobile, äh, Fahrzeuge, so, jetzt mal. Ah, doch, da kommt was. Ich bin jetzt nicht so getroffen, wie ich war heute. Fühlt mir gar nicht, der da gerade geschossen hat. Der hat einen Schalldämpfer gehabt. Und ich weiß nicht, wo der war. 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 So, ich sehe ihn jetzt nicht mehr. Ich kann auch wo der Wester messen. Hm, ja was machen wir jetzt, ich hätte auf 100 Umständen sein, auf 200 Trottel. So, jetzt sind das überhaupt... Ja, ist bald. Okay, jetzt hier kriegst du ja, okay. Auf 200, kann sein, dass da hin da kommt. Dass wir den nochmal sehen. Ich fette mir aber jetzt eigentlich nicht mehr jetzt auf. Ich chill mich einfach. Chill mich hier hin. Guck da hoch. Guck da vielleicht noch ein bisschen hin, also da oben. Dass er nicht von da vielleicht irgendwie rüberkommt. Einen. Ja, sieh nicht. Guck da, hier. Guck. 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 Puck. Puck. 1, ist halt Aber da wollen ich versuchen, ihn zu schießen Ich bin ein, ist halt Ich habe das nicht mehr. Was vergreibe ich hier hänger? Keine Ahnung wo der End gemacht hat, könnte wieder auf die Military Base gehen. Das war's. Oh Gott! Da war er. Da war er. Ja, ihr könnt euch darüber landen. Ohhhh, weglappeln worden jetzt. Oh Gott, ich wies wo ich mich hin. Ich bin mit dem Fahrer. Was war genau da? Oh Gott! Erstmal durchs Wuppel durchfahren! Bisschen wütig! Passt dann! Ach du Scheiße! Wo bin ich denn hier? Scheiße! Das Auto da unten! So, hier bin ich erstmal selbst! So, hier bin ich erstmal selbst! Oh Gott! Oh Gott! Würde ich sagen! Aber! Es kann halt immer noch hier runter gehen! Wir müssen alle von hier drüben da rüber! Es kann passieren! Ich hoffe es nicht! Wohl! Vielleicht doch! Aber! Ich schenke hier aus! Ah ja! Ich chill hier erstmal! Ich kann hier gerade nichts tun! Nichts wertvolles! Da oben schießen halt welche! Ja! Aber die Lage ist hier eigentlich nicht so schön finde ich! Also! Ich will sie jetzt gerade erstmal nicht ändern! Aber es gibt da definitiv besseres! Obwohl ich hier eigentlich überhaupt nicht getroffen werden kann! Ich bin eigentlich hier eine Ego! Ich weiß nicht mehr! Das Auto nervt mich unten! Ich bin eigentlich da drin! Ah ja! Da hat ein Pferd schon im Boot! in ja gut dann schimmer ich jetzt erstmal naja da hinten werden sich jetzt viele beballern erstmal erstmal ausmerzen über mehr werden immer welche sein die wahrscheinlich die gleiche Idee haben hier runter zu kommen und die ballern wir ab weil von da kann ich nur naja gut also da muss ja wirklich schon genau gucken von oben wird eigentlich schwer wenn es meine Ego sich so äh halt da schwimmt da einer jetzt hat er quasi so aus in einen Sekunden noch da hinten schwimmt da hinten schwimmt hinter Wasser Lass mal die Zone nochmal rankommen ganz langsam schmeidig da schon wieder mit anpacken ok ok ich schwimmt der Drop kommt jetzt hier im Wasser ah fast déclar ist das der 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Oh Gott, wird das anstrengend darüber... Äh, nein. Fuck, Alter, wo war jetzt der andere? Okay. 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 Ja, wie können denn noch drei am Leben sein? Winner, Winner, Schicken, Dinner, ja, easy, sechs Kills, richtig Premium, ja, das ist tatsächlich sogar mein Erster, das rückt mir ja richtig, ja, erst mal, naja, ja, wie mach ich nochmal, alter F9, okay, das muss ich jetzt noch ganz schnell, hab auch so den alter F9 gedrückt, ähm, warte es öffnen, warte es 10, 11, äh, öffnen, scheiße, nehmt der jetzt nur auf, hallo, okay, bedanke mich fürs Zuschauen, sehen Sie uns in der nächsten Folge wieder, bis dahin, habt noch einen schönen Tag, und tschüss. Bis zum nächsten Mal.